In der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der britischen Monarchie haben Diskussionen über die Zusammensetzung der Staatsräte in letzter Zeit großes Interesse geweckt. Da die Möglichkeit, dass nicht arbeitende Rolls diese wichtigen Aufgaben übernehmen könnten, auf den Prüfstand gestellt wird, richtet sich die Aufmerksamkeit auf Prinzessin Anne und Prinz Edward, die beide als mögliche Ergänzungen zu dieser geschätzten Gruppe vorgeschlagen werden. Die Einbeziehung dieser arbeitenden Mitglieder des Königshauses würde nicht nur der sich verändernden Dynamik der Monarchie entsprechen, sondern auch die Notwendigkeit einer vielfältig RN-Vertretung innerhalb der Staatsräte widerspiegeln. In diesem Video befassen wir uns mit der Bedeutung dieser vorgeschlagenen Änderungen und untersuchen die möglichen Auswirkungen, die sie auf die britische Monarchie haben könnten. Aber bevor wir fortfahren, abonnieren Sie bitte und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke für Updates. Die Rolle der Staatsräte verstehen, bevor wir uns mit der potenziellen Erweiterung der Staatsräte befassen, ist es wichtig, die Art ihrer Verantwortlichkeiten zu verstehen. Die Staatsräte sind Mitglieder der königlichen Familie, die im Namen des Königs bestimmte Aufgaben übernehmen können, wenn dieser diese aufgrund von Krankheit oder Abwesenheit im Land nicht erfüllen kann. Zu diesen Aufgaben gehören vor allem die Erteilung der königlichen Zustimmung zur Gesetzgebung, die Teilnahme an zeremoniellen Veranstaltungen und die Vertretung der Monarchie bei offiziellen Besuchen. Die aktuelle Zusammensetzung und vorgeschlagene Änderungen, traditionell bestanden die Staatsräte aus hochrangigen, berufstätigen Royals wie dem Prinzen von Wales, dem Herzog von Cambridge und dem Herzog von Sussex. Jüngste Diskussionen haben jedoch Fragen hinsichtlich der möglichen Aufnahmen nicht arbeitender Royals, nämlich Prinzessin Beatrice, Prinz Andrew und Prinz Harry, in diese begehrte Gruppe aufgeworfen. Dieser Vorschlag hat eine Debatte über die Qualifikationen und Kriterien entfacht, die Einzelpersonen für die Übernahme solch bedeutender Verantwortungen benötigen. Angesichts des anhaltenden Diskurses sind Vorschläge entstanden, Änderungen am bestehenden Gesetz vorzuschlagen, um die Zahl der Staatsräte zu erhöhen, insbesondere durch die Einbeziehung arbeitender Royals wie Prinzessin und Prinz-Etat. Dieser Vorschlag zielt darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen Tradition und den sich entwickelnden Rollen der Monarchie herzustellen und die Einbeziehung derjenigen sicherzustellen, die aktiv an königlichen Pflichten beteiligt sind. Zedenzvoll für Veränderungen Die Idee, die Gesetzgebung rund um die Staatsräte zu ändern, ist nicht beispiellos. In der Vergangenheit wurden Änderungen vorgenommen, um Verschiebungen innerhalb der königlichen Familie Rechnung zu tragen. Bemerkenswert ist, dass nach dem Tod von König Georg VI. die Königin Mutter der Gruppe hinzugefügt wurde, was ein weiteres Beispiel für die Bereitschaft ist, die Zusammensetzung der Staatsräte anzupassen, wenn die Umstände es erfordern. Parlamentarische Diskussionen und die Rolle der Zustimmung, die mögliche Erweiterung der Zahl der Staatsräte hat zu Diskussionen in den heiligen Hallen des House of Lords geführt. Diese Diskussionen konzentrierten sich auf den Vorschlag zur Änderung des Regency Act von 1937, der die Ernennung und Zuständigkeiten der Staatsräte regelt. Während die endgültige Entscheidung beim Parlament liegt, ist es erwähnenswert, dass den Präferenzen des amtierenden Monarchen Rechnung getragen werden kann, da diese über wertvolle Einblicke in die operativen Feinheiten der Monarchie verfügen. Die Bedeutung von Prinzessin und Prinz Edward Prinzessin und Prinz Edward haben als arbeitende Rolls ihr Engagement für den öffentlichen Dienst unter Beweis gestellt und im Laufe ihres Lebens verschiedene königliche Pflichten übernommen. Prinzessin Anne, bekannt für ihre unermüdliche Arbeitsmoral und ihr Engagement für wohltätige Zwecke, verfügt über einen großen Erfahrungsschatz, der zweifellos zur Rolle einer Staatsberaterin beitragen würde. Ebenso hat Prinz Edward mit seiner Beteiligung am Duke of Edinburgh Award-Programm und anderen philanthropischen Unternehmungen ein starkes Pflichtbewusstsein gezeigt und würde eine einzigartige Perspektive in die Position einbringen. Während sich die britische Monarchie an die sich ändernden Zeiten anpasst, spiegelt die mögliche Erweiterung der Staatsräte um Prinzessin und Prinz Edward den Wunsch wider, ihre Relevanz zu bewahren und die Vielfalt der Rollen der königlichen Familie zu berücksichtigen. Während die Entscheidung letztendlich beim Parlament liegt, würde die Aufnahme arbeitender Rolls in diese prestigetrichtige Gruppe nicht nur ihre Beiträge anerkennen, sondern auch eine repräsentativere und dynamischere Monarchie gewährleisten. Im weiteren Verlauf der Diskussion bleibt abzuwarten, wie diese vorgeschlagenen Änderungen die Zukunft der Staatsräte und der britischen Monarchie insgesamt beeinflussen werden.